Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was ist eigentlich gerade der heißeste Scheiß im Bereich der Akkutechnologie? Sind es Feststoffakkus? Teslas 4680er Zellen? LFP Batterien? Könnt ihr alles vergessen. Der wichtigste Schritt hin zu einer umweltfreundlichen, günstigen und massentauglichen Herstellung von Elektroautos, vor allem eben gerade von Kleinwagen, ist die Natrium-Ionen-Batterie. Da habe ich ja mal vor fast zwei Jahren ein Video drüber gemacht. Damals war das noch sowas wie ein Pressehype und wenig konkret. Aber jetzt im Jahr 2023, da sind die Natrium-Ionen-Batterien von Cuttle und BYD anscheinend serienreif und werden laut chinesischen Medienberichten beide noch in diesem Jahr in Elektroautos in Serie eingesetzt. Worum es da genau geht und was das für Autos sind, das erfahrt ihr in diesem Video, wird also mega spannend. Darum unbedingt dranbleiben. Ja, BYD und Cuttle, das sind die größten Akkuhersteller der Welt und die haben beide schon seit Jahren unabhängig voneinander an diesen neuen Zellen geforscht. Und nun ist es anscheinend soweit. Die Natrium-Ionen-Zellen von Cuttle werden in das erste Modell von IK eingebaut, das voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen wird. IK ist vom Hersteller Cherry und natürlich eine chinesische Marke, von der wir hier bisher nichts gehört haben. Aber auch in China ist die Marke brandneu. Der IK GT ist ein super Sportwagen mit Flügeltüren und sieht ehrlich gesagt rattenscharf aus. Aber etwas zu früh gefreut, in diesem Auto werden noch normale Lithium-Ionen-Zellen verbaut. Die Natrium-Ionen-Batterie, die wird dem Bericht zufolge in den kleinen Modellen von Cherry zum Einsatz kommen und die tragen so lustige Namen wie QQ Ice Cream und Little Ant. Ja, die Chinesen. AuraCat ist ja auch so ein Beispiel. Wegen des starken Anstiegs der Lithiumpreise im vergangenen Jahr, da haben die Batteriehersteller BYD und Cuttle natürlich großes Interesse an Natrium-Ionen-Zellen und die Entwicklung dieser Batterien massiv beschleunigt. Und jetzt sind sie ab sofort in Massenfertigung verfügbar. Aber was sind eigentlich die Vorteile von Natrium-Ionen-Zellen? Erstens, Natrium ist ein sehr häufiges Element, extrem einfach zu beschaffen und dabei auch noch sehr günstig. Zweitens, komplizierter Abbau wie bei Lithium mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt entfällt. Natrium ist ja sogar in Kochsalz enthalten, weshalb man immer wieder was von Salz-Akkus liest, wenn Natrium-Ionen gemeint sind, was natürlich kompletter Quatsch ist, da ist ja kein Salz drin. Drittens sind Natrium-Ionen-Akkus sehr unempfindlich gegenüber Kälte, was man von Lithium-Akkus ja nicht unbedingt sagen kann. Und viertens können sie hohe Ladeströme vertragen, was für das Schnellladen ein großer Pluspunkt ist. Die Natrium-Ionen-Zellen von BYD sind scheinbar ebenfalls soweit fertig und werden Gerüchten zufolge ab der zweiten Jahreshälfte auch in ein erstes Elektroauto eingebaut. Das wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach der BYD Seagull sein. Bei beiden Akkus, dem von Kattel und dem von BYD, handelt es sich aber übrigens nicht um 100% reine Natrium-Ionen-Zellen, sondern um eine Art Hybrid-Batterie aus einer Mischung von Natrium- und Lithium-Ionen-Zellen. Warum diese Hybridform? Natrium-Ionen-Batterien kosten zwar viel weniger, haben aber derzeit noch eine geringere Energiedichte. Die ist heute gerade mal knapp so hoch wie die der ersten Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Kattel hat seine erste Natrium-Ionen-Batterie schon 2021 vorgestellt und damals die Energiedichte mit 160 Wattstunden pro Kilo angegeben. Natrium-Ionen-Zellen haben aber wie gesagt enorme Vorteile in Bezug auf die Leistung bei niedrigen Temperaturen und das schnelle Aufladen und das macht das Ganze eben sehr interessant. Was jetzt zum Einsatz kommt, das ist ja schon die zweite Generation, also die Entwicklung ist seit vorletztem Jahr deutlich weitergegangen. Und die aktuellen Natrium-Ionen-Zellen sollen heute eine Energiedichte von bis zu 200 Wattstunden haben. Was den Einsatz in Elektroautos betrifft, so könnte man solche Natrium-Ionen-Batterien in Autos mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern einsetzen. Das sind also mögliche Akkugrößen von sagen wir mal bis zu 54 Kilowattstunden. Warum nicht mehr? Das hängt wieder mit der Energiedichte zusammen. Mehr Kilowattstunden bedeutet auch größeres Akku-Volumen und der Platz ist dafür einfach in den Autos nicht da. Mit der Hybrid-Technologie, da haben BYD und Cuttle eine Mischung aus Natrium- und Lithium-Ionen-Zellen entwickelt. Und die macht es möglich, dass sich beide Zellvarianten gegenseitig ergänzen. So wird die Gesamtenergiedichte gesteigert und gleichzeitig die Vorteile der Natrium-Zellen erhalten. Mit diesem Ansatz, da können Natrium-Ionen-Batterien in Elektroautos mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometer eingebaut werden, also mit Akkus bis rund 75 Kilowattstunden. Solche Modelle machen 65% des Marktanteils aus, also ein Riesenpotenzial. Was BYD angeht, so haben sie das mit dem Seagull bisher leider noch nicht offiziell bestätigt. Auf der Shanghai Autoshow am 18. April, da wurde das Auto noch mit BYDs Blade-Batterien aus Lithium-Eisenphosphat vorgestellt. Die Akkukapazität liegt beim Seagull übrigens bei 30 bzw. 38 Kilowattstunden. Es gibt zwei Varianten. Und das reicht nach BYD-Angaben für 300 bis 400 Kilometer Reichweite. Naja, da muss der Verbrauch aber schon extrem niedrig sein. Also gemeint ist vermutlich chinesischer Stadtverkehr. Der Preis vom Seagull, der liegt übrigens umgerechnet bei rund 10.500 Euro und nach 24 Stunden gab es laut BYD bereits 10.000 Bestellungen. Mit dem Natrium-Ionen-Akku, da dürften also gerade kleine Elektroautos preislich massiv profitieren und man darf gespannt sein, wann die ersten Modelle den Weg nach Deutschland finden. Ja, die chinesische Autoindustrie, die haut eine Innovation nach der anderen in einem Tempo raus, das einem fast schon schwindelig wird. Ich frage mich, ob unsere deutsche Autoindustrie da langfristig mithalten kann. So, das war's mit den Good News von den Natrium-Ionen-Akkus. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Zubehör.